Hallo und herzlich willkommen zu diesem Podcast Nummer 104 im Podcast-Kanal von Ralf Stumpf Seminare aus Berlin. Dieser Podcast über Modeling und NLP erscheint normalerweise immer am Dienstag auf der Seite www.ralfstumpf.de slash podcast, auf Spotify, iTunes und den üblichen Podcast-Kanälen, häufig auch auf YouTube, wie zum Beispiel auch diese Woche. Und weil manchmal auch zwei Podcasts erscheinen oder auch keiner oder auch unregelmäßig, empfehle ich dir auf jeden Fall den Newsletter zu abonnieren www.ralfstumpf.de slash Newsletter. Da kommt immer am Samstag ein NLP-Essay über NLP und Modeling und ein Hinweis, wenn es den neuen Podcast gibt. Heute ist hier mal wieder Dagmar Ling zu Gast. Die war schon viel zu lange nicht mehr da. Und es geht um energetisches Arbeiten. Es geht darum, wer das tun sollte und wer es besser nicht tun sollte. Und Dagmar und ich, wir versuchen uns nach Kräften über dieses Thema zu streiten. Ob es uns gelingt, wirst du gleich selbst hören. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo, liebe Dagmar. Hi, Walt. Ich freue mich, dass wir wieder mal einen richtig offiziellen Zweier-Podcast haben. Das letzte Mal von Zeilcast im Sommer. Und davor war März des letzten Jahres. Ja. Und wir werden uns heute ein ganz kleines bisschen beziehen auf unseren, wie wir gerade gemerkt haben, fast zwei Jahre zurückliegenden Podcast Nummer 13. Damals hieß es, wie wird man Coach und wer sollte besser nicht Coach werden? Genau. Wir werden das heute toppen mit einem Thema. Und ich muss das zitieren, wo in der Vorbereitung. Wir haben für uns per Messenger darüber ausgetauscht, worüber wir heute reden. Und du meintest am Ende, Hauptsache, wir sind uns nicht einig. Genau. Also wir hoffen, dass wir ein Thema gefunden haben, über das wir uns ordentlich streiten können, nämlich energetische Arbeit. Ja. Das Gerücht geht ja, und dem wollen wir entgegentreten, dass du so die Esoterikerin bist in der Jablonski-Straße und ich bin der Mr. Ratio. Wir fühlen uns da beide auf das Schlimmste verkannt. Ja, das stimmt. Aber natürlich ist da auch was dran an dieser Verortung, und das wollen wir jetzt in dieser Stunde erforschen. Und nun haben wir uns überlegt, eine etwas neue Form zu probieren, dass jeder von uns beiden erst mal am Anfang fünf Minuten Zeit hat, um seine Position darzulegen. Und deswegen lade ich dich ein, Bühne frei für Dagmar. Und dann sage ich fünf Minuten, und dann fangen wir an, uns nicht einig zu sein. Okay. Muss ich jetzt auf die Uhr schauen? Nein, aber ich kann, ich gucke auf die Uhr und ich werde dir winken, wenn fünf Minuten überschritten sind. Genau, genau. Ja, also ich habe ja jetzt auch nichts vorbereitet für das Statement, sondern ich werde jetzt einfach mal so frei von der Leber ein bisschen erzählen, wie das für mich tatsächlich ist. Und es ist ja bei mir so diese Mischung aus NLP und Spiritualität, die ich schon seit mehreren Jahren jetzt wirklich auch ganz aktiv angehe. Also diese Verbindung NLP über die Spiritualität nochmal so ein bisschen mehr zu ergänzen. Und manchmal geht es natürlich schon auch in den esoterischen Bereich, weil ich seit vielen Jahren auch energetisch arbeite, also wirklich auch mit Klienten und Klientinnen energetisch arbeite. Und ich immer mehr gemerkt habe, dass der Bedarf in den letzten Jahren auch in den Trainings einfach gestiegen ist, dass die Menschen sich für energetische Arbeit sehr stark interessieren. Und ich viele von den Methoden, die ich gelernt habe, mittlerweile eben auch weitergebe und auch eine energetische Ausbildung zum Beispiel anbiete, also wo ich ganz bewusst auch diese Art der Arbeit weitergebe. Und worüber ich ja schon oft auch nachgedacht habe und habe das ja auch mit Daniel Köpke schon mal besprochen, wo sind denn eigentlich so auch die Grenzen zwischen NLP, Spiritualität, energetischer Arbeit? Weil an irgendeiner Stelle gibt es ja auch eine Schnittmenge, wo das alles so zusammenkommt. Und ja, also ohne jetzt vorwegzugreifen, bin ich schon auch der Meinung und wahrscheinlich sind wir uns da sogar einig und nicht unterschiedlicher Meinung, dass auch die energetische Arbeit genauso wie jede andere Art der Arbeit eben auch nicht für alle Menschen in der Art geeignet ist, dass es gut ist, wenn sie damit rausgehen. Also es sollte jeder erstmal an sich arbeiten, bevor er mit anderen arbeitet, also versucht, ich sage jetzt mal andere zu heilen. Und da finde ich, ist es fast egal, ob wir von NLP sprechen oder von energetischer Arbeit sprechen. Also was bei mir so im Vordergrund steht, ist wirklich der eigene Prozess, also dass ich der Meinung bin, jeder Mensch sollte den eigenen Reinigungsprozess, also die eigene Arbeit an sich erstmal durchlaufen haben, bevor er oder sie anfängt, an anderen rumzudoktern. Und das ist ja auch etwas, was ich letztendlich bei dir gelernt habe, also durch jedes NLP-Format einmal selbst durchzugehen, bevor man das an anderen ausprobiert. Und so halte ich das auch mit meiner energetischen Arbeit. Und deswegen, ja, genauso wie im NLP, meine Teilnehmerinnen werden da ziemlich diszipliniert, auch im Sinne von wirklich jeden Tag auch mit sich zu arbeiten. Und ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ob das in der Branche tatsächlich auch für jede andere Person so gilt bei den Leuten, die diese Art der Arbeit auch machen, da bin ich sehr skeptisch. Weil ich schon auch sehe, es gibt sehr viele Menschen, es gibt sehr viele unterschiedliche Methoden. Der energetische Bereich in der Psychografie, würde man sagen, ist der Beziehungsbereich, also der Chaosbereich, den man sich auch nicht so gut erklären kann. Und deswegen, auch wenn es natürlich so ein paar Vorannahmen gibt, die wichtig sind, um überhaupt diese Art der Arbeit irgendwie in Anführungsstrichen verstehen zu können, glaube ich, ist es trotzdem wichtig, sich darüber auch bewusst zu sein. Also wo bin ich denn da eigentlich unterwegs? Und gerade weil es auch so ein nicht abgegrenzter Bereich ist oder auch nicht abgrenzbarer Bereich ist, womit arbeite ich da eigentlich? Also was, also einmal, was ist eigentlich Energie und was mache ich da eigentlich ganz konkret? Und ja, häufig funktioniert es halt auch einfach nicht. Also bei vielen Menschen, die sich teure Angebote irgendwie buchen, kommt halt auch nicht viel raus. Und da wollen wir heute auch so ein bisschen der Frage auf den Grund gehen. Also woran liegt das eigentlich? Und ich glaube, damit wäre ich zwar noch weit unter fünf Minuten, aber das ist so mal mein Standpunkt. Ich dachte, du hast keine eigene Uhr. Ist doch irgendwo einheimlich, oder? Natürlich habe ich eine Uhr hier am Rechner. Du hast völlig recht, es waren unter fünf Minuten. Ich gucke hier extra auf die Uhr und da stellt sich raus, ich hätte gar nicht müssen. Ach, danke. Ich fürchte, es wird schwer, dass wir uns streiten, weil ich bei den meisten Sachen dir leider zustimme. Ich versuche mal mit einem knackigen Statement einzusteigen. Ich bin der Meinung, und ehrlich gesagt, ich ärgere mich auch darüber, dass ich das, also dass das nach meiner Meinung so ist, dass locker 60, 80 Prozent von den Leuten, die in diesem Bereich arbeiten, für den wir ja noch nicht mal einen richtigen Namen haben, energetische Arbeit, spirituelle Arbeit, wie auch immer man das nennt, dass das pure Scharlatanerie ist, dass das Nonsens ist, dass das irgendwelche Angebote sind, die überhaupt nichts taugen, dass es stellenweise gefährlich ist und dass im Mindesten da irgendwelchen Leuten Geld aus der Tasche gezogen wird für Zeug, was einfach nichts bringt. Und was ich selbst bei mir erstaunlich finde, dass ich mit solchen schlechten Angeboten, wenn es in der NLP-Szene stattfindet, eigentlich ganz gut umgehen kann. Ja, ist in Ordnung, gibt es da Leute, die können das nicht so gut. Während, so komisch das klingt, ich glaube, das Energetische ist mir so wichtig. Es liegt mir so nahe, dass es mich da mehr stört. Und deswegen vielleicht mal so ein bisschen meine Geschichte. Also das Lustige ist, dass meine früheste Kindheitserinnerung, die ich habe, ist im Grunde ein Versuch, energetisch zu arbeiten. Also ich erinnere mich, wie ich, das muss in Grundschulzeiten gewesen sein. Ich weiß es halt von der Szenerie, die ich im Kopf habe. Das war eine Wohnung, da sind wir ausgezogen im Wechsel erst zur zweiten Klasse Grundschule. Also muss es in der Zeit gewesen sein. Da habe ich versucht, als kleines Kind mit irgendwelchen Wesen in Kontakt zu treten, um mit denen zu kommunizieren. Was übrigens schief ging. Und es hat mich nie wieder losgelassen. Ich habe mich dann angefangen zu beschäftigen mit, was man halt so der als Kind und Jugendlicher macht, mit so Zaubergeschichten und was ist da alles drin. Kam von da aus nahtlos in den Katholizismus. Also da kommen dann quasi vatikanische Archive und sowas ins Spiel. Du weißt, da ist auch viel Geheimnisvolles mit drin. Dann kommt irgendwann die Kraft des Betens. Wo ich sage, da ist wirklich viel dran. Also ich glaube, da kann man viele gute Sachen machen. Ich bin froh, dass ich dann da gelandet bin. Für mich ist das sozusagen das Erste wirklich Spirituelle, wo ich kennengelernt habe. Und dann, weil es dann auch die Zeit war und in der Kleinstadt, wo ich aufgewachsen bin, gab es eine Szene, fing ich dann an, mich mit eher diesen New Age Sachen zu beschäftigen. War da auch drin. War wirklich begeistert. Kam dann nach Berlin. Hab dann mit NLP angefangen. Und dann hat es richtig bumm gemacht. Weil um mich herum waren, nach meiner damaligen Schätzung, lauter Verrückte. Also Tacho, Pendeln, Karten legen, Astrologie, Aura lesen. Alles war drin. Und ich bin so richtig in die Szene reingetaucht. Ich habe wirklich alles mitgemacht, bis auf ein, zwei ganz wilde Sachen. Ich habe da schon nie Substanzen genommen. Das hat sich komischerweise nie ergeben. Der Teil fehlt mir, aber sonst habe ich viel davon gemacht. Gleichzeitig ist es bei mir so, dass ich vielleicht als Erkenntnistyp auch immer schon sehr rational an die Welt gegangen bin. Und zwar, mir ist wichtig, gleichzeitig. Also ich sehe da als Vorbild Robert Anton Wilson, der auch Bücher geschrieben hat, wo er genau diese beiden Seiten gleichberechtigt zu Wort kommen lässt. Eine, die neugierig ist auf diese energetische Welt und eine, die super rational rangeht. Und für mich ist, auch wenn ich sage Spiral Dynamics, wäre eine Bedingung, es ist für mich okay, wenn man diese energetischen Sachen nicht rational beweisen kann. Aber mich stört, dass man sie in vielen Fällen einfach widerlegen kann. Und durch simple Statistik. Zum Beispiel kenne ich genügend Leute, die behaupten, energetisch zu arbeiten, offiziell und einem dann inoffiziell sagen, dass ihr Laden überhaupt nicht läuft und sie keine Kunden kriegen und das Geld vorne und hinten nicht reicht und sie außerdem krank sind. Wo ich mir denke, ja was denn nun? Du erzählst auf der Bühne gerade das Gegenteil davon. Und das meine ich mit David Schindluder getrieben. Und ich glaube, das hatten wir im Vorgespräch, viele machen es sich zu leicht. Ich glaube, eine saubere energetische Arbeit, also wenn ich überlege, wie lange irgendwelche Leute in indigenen Kulturen das lernen, wie lange man als Shaolin-Mönch oder als Buddhist die Sachen lernt, also was sowas wirklich bedeutet, laufen heute so viele Leute rum, die glauben, wenn sie ein Wochenende Trommeln lernen, können sie hinterher mit irgendwelchen Quantenfrequenzen rumschubsen. Und was mir wirklich auf die Ketten geht, und vielleicht kannst du mich da ein bisschen versöhnen, ist, also da könnte ich mir echt den Kopf an die Wand stoßen, ist, warum so viele von den Kunden darauf anspringen, die da hinrennen. Ich glaube, wenn die für drei Euro nachdenken würden, würden sie merken, das kann irgendwie nicht stimmen. Das kann nicht stimmen. Sonst sähe die Welt anders aus. Also ich glaube, so komisch das klingt, mich macht das Ganze so sauer, weil es mir wichtig ist. Und ich merke gerade, dass ich so zwei Seiten in mir spüre. Und zwar die eine Seite, die sagt, es ist einfach alles miteinander verbunden und wir haben das alles in uns, und zwar von klein an. Also sobald wir auf diese Erde kommen und auch schon davor, haben wir das alles. Wir haben diese ganzen Fähigkeiten. Und auch wenn du sagst, du hast als kleiner Junge dann versucht, mit Naturwesen in Kontakt zu kommen. Man sagt eigentlich so, Kinder bis zum Schulalter, die haben ja noch diesen natürlichen Zugang auch zur Anderswelt, also zur Geisterwelt oder wie auch immer man es nennen möchte, was ja letztendlich auch nur eine andere Wahrnehmungsperspektive für mich ist. Also ich bilde sehr viel von dem, was ich energetisch mache in NLP ab. Und das ist der eine Punkt, wo ich sage, jeder hat diese Fähigkeit in sich. Wir verlernen es meistens an irgendeinem Punkt und wir können es aber wieder aktivieren. Und trotzdem ist da auch noch mal eine Seite, die sagt, ja, letztendlich, es existiert alles in dir. Du kannst es aktivieren. Nur, du kannst es auf die eine Art verwenden und du kannst es auf die andere Art verwenden. Und da kommt wieder dieser Punkt, der mir sehr wichtig ist. Hast du deinen Prozess gemacht? Hast du deine Schatten bearbeitet? Hast du deine biografische Arbeit gemacht? Hast du dir deine Vergangenheit mal angeguckt? Kennst du deine Trigger? Weißt du, warum du dich so fühlst, wenn das und das passiert? Also diese ganze Art der Arbeit, die glaube ich, und da bin ich so dankbar für das NLP, ein ganz wichtiger Punkt ist, der vorausgesetzt, also der für mich Voraussetzung ist, um energetisch mit anderen zu arbeiten. Ja, also natürlich kann jeder in seinem Wohnzimmer mit seinen Kobolden reden. Ist mir völlig egal. Nur wenn jemand rausgeht mit einem großen Marketing-Ding und viel Geld nimmt für energetische Techniken, für energetische Behandlungen, für energetische Seminare, dann hätte ich schon gern, dass diese Person energetisch sauber ist. Das heißt, dass ich weiß, da sind keine Resonanzen irgendwie in was Schwarzmagisches, in niedrige Schwingungen, in eine dunkle Welt, sondern da möchte ich gerne, dass da auch ein wirkliches Bewusstsein da ist für das, was mache ich da eigentlich. Und das verbindet für mich auch so ein bisschen den Beziehungsbereich mit dem Erkenntnisbereich. Und ich glaube, was ich rausgehört habe bei dir, und das ist auch ein Punkt, der mir wichtig ist, ist, dass es manchmal einfach keine Kriterien gibt für den Erfolg. Und sobald wir die Kriterien ansetzen, dann wird das Ding halt schon wieder wackelig. Jetzt könnte man sagen, ja gut, in einem Chaos-Bereich, was willst du da mit Kriterien? Die sind irgendwo im Erkenntnisbereich. Im Chaos-Bereich gibt es die halt nicht. Nur wenn ich eben diese Sachen verkaufe, dann wäre es vielleicht schon gut, ich hätte Kriterien dafür, ob das, was ich da mache, auf irgendeine Art eigentlich funktioniert oder nicht. Ob das den Menschen wirklich hilft und die hinterher vielleicht, wenn sie jetzt einen Referenzbogen ausfüllen würden, und ob die schreiben würden, mir geht es besser als vorher oder mir geht es gleich oder mir geht es schlechter. Und ich glaube, das ist eben häufig nicht der Fall. Und wo ich schon mitgehe, es wird sehr viel versprochen, es wird sehr viel mit Hoffnungen gespielt. Und da würde ich mich auch anschließen, da wird auch manchmal Schindluder getrieben. Ob es 70 bis 80 Prozent sind in diesem Markt, das weiß ich nicht, ob ich da mitgehe. Das ist mir fast einfach eine Annahme, die ich jetzt auch wieder nicht begründen kann. Da musste man sich das vielleicht mal genauer angucken. Also ich habe auf eine sehr irdische Art und Weise meine energetische Arbeit gelernt. Das heißt, ich arbeite durchaus mit Kriterien und habe die auch sehr diszipliniert mit täglicher Arbeit gelernt. Und trotzdem bin ich auch fasziniert von anderen Methoden, die ich überhaupt nicht erklären kann, wo ich auch sagen würde, bei mir persönlich zum Beispiel oder auch manchmal bei Klienten wirken die total. Und ich kann es halt nicht erklären. Es gibt da keine Kriterien. Und das wäre vielleicht auch ein Punkt, den wir uns angucken könnten. Was für Kriterien gibt es denn beziehungsweise welche Kriterien müsste man ansetzen? Wie geht es dir, wenn dann Skeptiker kommen und zum Beispiel einfach mit einer Statistik das überprüfen wollen? Also man kann ja, ich meine, in dieser Szene wird sehr viel angeboten mit Geld, Geld manifestieren, energetische Geldtechniken. Und da kann man im Grunde ganz einfach sagen, Konto stand vorher, Konto stand hinterher. Also es gibt ja kaum etwas, was so leicht messbar ist wie Geld. Und ich habe halt in den 30 Jahren, wo ich NLP mache, so viele Leute erlebt, die gehofft haben, ihre Finanzen energetisch zu sanieren. Und in den allermeisten Fällen hat sich nicht wirklich was geändert. Ja, und ist für mich auch wieder total leicht erklärbar, weil auch da ist es so, also ich biete ja selber auch ein Geldprogramm an. Wir arbeiten erst mal, also wir räumen erst mal auf. Es geht erst mal nur darum, Glaubenssätze zu bearbeiten, Überzeugungen zu bearbeiten, biografische Ereignisse zu bearbeiten. Wenn das aber nicht gemacht wird, dann gehe ich genau wieder in Resonanz mit diesen Mangelgeschichten. Also wirklich mit dem, was mich sowieso schon in der Vergangenheit irgendwie davon abgehalten hat, Geld zu verdienen. Manchmal ist es allerdings auch so, und ich habe mich ja eine Zeit lang sehr, sehr intensiv auch mit dem Thema Geld und Manifestationen beschäftigt. Manchmal ist es einfach auch so, dass sich bei den Leuten die Perspektive verändert, durch das Geld manifestieren. Weil über das Aufräumen der alten Glaubenssätze jetzt zum Beispiel, sich manchmal einfach auch die Werte verändern. Also manchmal ist es schon so, die Leute sind nach so einem Programm zufriedener, auch wenn sie nicht mehr Geld auf dem Konto haben. Und das ist vielleicht eine Sache, und da sind wir wieder bei Kriterien. Also welches Kriterium setze ich an? Mir geht es besser nach dem Programm in Bezug auf Geld, oder ich habe mehr Geld auf dem Konto. Also da finde ich auch wieder wichtig, warum mache ich dieses Programm denn? Geht es mir wirklich darum, eine Million Euro auf dem Konto zu haben? Oder geht es mir darum, mich mit Geld einfach gut zu fühlen? Und das sind für mich zwei unterschiedliche Dinge. Also zwei unterschiedliche Paar Schuhe letztendlich. Was mich auch sehr stört, an großen Teilen dieser Szene, wobei ich jetzt nicht will, dass du hier in eine Position kommst, dass ich dich sozusagen inquisitorisch befrage. Aber ich glaube, noch mal macht es dir Spaß. Aber was mich wirklich seit Jahrzehnten an dieser Szene stört, ist, es gibt da ein Pärchen von Glaubenssätzen. Die eigentlich der Dill'schen Definition als Gedankenvirus entsprechen. Und zwar ist das der Satz Nummer eins. Wenn du wirklich glaubst, dann wird es dir gelingen. Und dann kommt Nummer zwei. Ja, wenn es dir nicht gelungen ist, hast du nicht wirklich daran geglaubt. Und mit dieser Kombination kannst du im Grunde jeden Misserfolg der Methode darauf zurückführen. Ja, wenn du daran geglaubt hättest, dann hätte es ja geklappt. Und ich habe die Sätze zum ersten Mal mitbekommen, da war ich ungefähr in meiner eigenen praktischen Ausbildung gegen Gesundheitsthemen. Ich hatte damals Allergien und sowas. War bei irgendwelchen energetischen Heilpraktikern und der Erfolg war exakt null. Und dann ist mir zum ersten Mal so begegnet, ja, du hättest nicht zweifeln dürfen. Und das ist natürlich eine Nummer, aus der kommst du als Klient nie raus. Das finde ich auch Quatsch. Also es ist zumindest was, womit ich nicht arbeite, weil die Art der energetischen Arbeit, die ich mache, daran musst du nicht glauben. Also auch wenn du nicht dran glaubst, funktioniert das. Es gibt allerdings eine Grundannahme, mit der ich arbeite. Und vielleicht triggert die dich auch, weil die ist sehr weit weg von dem, was wir beweisen können. Und das ist einfach diese Grundannahme, wenn es auf deinem Seelenweg liegt, wenn es deine Bestimmung ist. Jetzt kann man sagen, ja gut, kann man hinterher immer sagen, hinterher sage ich einfach, es lag nicht auf deinem Seelenweg. Und das ist aber, glaube ich, ein wichtiger Punkt, nämlich dieses Vertrauen ins Leben und dieses Vertrauen wirklich auch in meine Existenz. Also dass ich hier eine Aufgabe habe. Und von den logischen Ebenen her sind wir da natürlich relativ weit oben. Das heißt, ich kann dann glauben, was ich will. Wenn halt vorbestimmt ist, dass ich eine bestimmte Krankheit bekomme, wenn vorbestimmt ist, dass ich arm sterbe und nie erfolgreich werde, wenn vorbestimmt ist, dass ich eine Million Euro auf dem Konto habe und erfolgreich bin, dann werde ich leichter dahin kommen. Ich sage nicht, es tritt alles ein, was vorbestimmt ist, sondern wir haben immer natürlich in einem bestimmten Rahmen die Möglichkeit, das Ganze zu steuern. Aber das ist halt für mich ein wichtiger Satz. Und letztendlich, wenn ich davon ausgehe, also so ein bestimmter Weg ist eigentlich vorgegeben, aber innerhalb dieses Weges kannst du links und rechts gucken und kannst auch schauen, wie du das gestaltest. Aber dann passt es halt nicht mit dem, hättest du daran geglaubt, hätte es auch funktioniert. Nein, wenn es nicht auf deinem Weg liegt, kannst du so viel glauben, wie du möchtest und es funktioniert einfach nicht. Und nur daran glauben, da kann ich mich auch nur wiederholen, nur daran glauben reicht einfach nicht. Es reicht nicht. Ich muss was dafür tun. Ich muss wirklich was dafür tun. Und das ist auch das, da habe ich mich auch schon mit Leuten ausgetauscht. Die einen sagen, manifestieren ist nicht, du musst was dafür tun. Du musst einfach dran glauben und du musst es fühlen. Und ja, ich bin großer Fan von Joe Dispenza. In dem Moment, wo ich mich in eine signifikante emotionale Reaktion begebe oder diese Emotionen wirklich spüre, dann baue ich ein magnetisches Feld um meinen Körper auf. Ich ziehe förmlich die Materie an. Und ja, auch das ist allerdings etwas, was ich üben muss. Also auch wieder etwas, was ich tun muss. Ich muss diese Meditationen machen. Ich muss diesen Zustand in der Meditation erstmal über längere Zeit auch schaffen, halten zu können. Und dann kann ich das auch in mein Leben ziehen. Und das sind aber alles Dinge, da reicht es halt nicht zu sagen, glaub einfach dran und dann hast du das Geld auf deinem Konto. Nein, da sind ganz viele Zwischenschritte. Und ich glaube, die werden häufig einfach nicht berücksichtigt. Können ich mindestens so drei Sachen was sagen? Ich versuche es mal zu allen dreien. Okay. Das erste ist mehr so ein Randding, mir fällt wieder auf. Also in meiner Welt ist die Kombination der Worte Must und Glauben irgendwie nicht sinnvoll. Also ich finde, Glauben ist nichts, was man mit Kraft oder gar mit Gewalt erzwingen kann. Irgendwie funktioniert das nicht. Das zweite ist, ich stimme dir komplett zu mit diesem, dass es gut ist, wenn man das annehmen kann, was ist. Also manche Dinge ergeben sich, manche Dinge ergeben sich nicht. Ich bin auch der Meinung, wir haben das Leben nicht hundertprozentig im Griff. Es gibt Dinge, die bekommt man geschenkt. Es gibt manchmal auch Sachen, die sind Geschenke und man merkt es erst mal noch gar nicht. Du kennst mein Beispiel, die drei Corona-Jahre. Ich habe währenddessen geflucht ohne Ende. Im Nachhinein waren sie ein riesengroßes Geschenk. Was mich jetzt irritiert ist, sag mal, du sprichst von Vorbestimmung. Meinst du das? Ich kenne die Seite von dir. Ich bin gerade total erstaunt, dass du, weil Vorbestimmung ist für mich ein bisschen so das Gegenteil von freiem Willen. Also da werde ich gerade hellhören. Nein, nein. Also ich bin schon der Meinung, es gibt einen Seelenweg. Ich bin der Meinung, es gibt einen Seelenweg. Und zwar ist da der Gedanke, mit dem ich arbeite, mit dem ich schon lange arbeite, ist, dass bevor wir als wirkliche Körper auf der Erde inkarnieren, dass unsere Seele letztendlich auswählt, was die Aufgaben sind. Also da steht einfach dahinter, unsere Seele kann nur Erfahrungen machen hier in einem irdischen Körper, weil die Seele ist reines Licht, die ist reine Liebe. Da gibt es keine Kontraste, da gibt es kein Gut und Schlecht, kein Hell und Dunkel. Da gibt es einfach nur reines Licht. Das heißt, um Erfahrungen zu machen, inkarnieren wir hier in diesen 3D-Körpern, also in einer sehr niedrigen Schwingung. Und letztendlich ist das der sogenannte Seelenweg. Also das sind so die Aufgaben, die sich meine Seele für diese Inkarnation, für dieses Leben vorgenommen hat, zu lernen. Und das kann jetzt zum Beispiel sein, ich möchte in eine Vergebung kommen, ich möchte in eine Heilung kommen, ich möchte mal erfahren, wie es ist, schwer krank zu sein und vielleicht wieder gesund zu werden oder eben schwer krank zu sein und nicht wieder gesund zu werden, um einfach auch mal zu erleben, Mitgefühl zu entwickeln für Menschen, die eben sehr krank sind. Und da hast du schon recht, das könnte man jetzt sagen, das ist eigentlich kein freier Willen. So leicht würde ich, so einfach würde ich es jetzt aber nicht bezeichnen, weil innerhalb dieses Seelenweges, den wir ja nicht bewusst kennen, sondern das ist etwas, was unsere Seele kennt. Das heißt, ich muss eigentlich auch erst mal Kontakt mit meiner Seele herstellen können, um überhaupt mitzukriegen, was ist denn mein Seelenweg? Es ist für mich aber auch so die Erklärung, dass eben Menschen, die nicht auf ihrem Seelenweg sind, weil sie eben den freien Willen jetzt überstrapazieren in Richtung von ich mache, was ich will, in die eine und in die andere Richtung und vielleicht auch viele Dinge, die mir nicht gut tun und viele Dinge, die ich mir vielleicht halt auch nicht aufgeschrieben habe als Aufgabe, dass die letztendlich dann eben erfahren dürfen, wie sich das anfühlt, nicht auf dem Weg zu sein und eben vielleicht krank werden, schlechte Beziehungen haben, was auch immer, also auch wieder in einer niedrigen Schwingung sind und sich halt nicht gut fühlen. Und ich glaube, es ist eine Kombination. Also ich bin nicht der Meinung, wir kommen hier als unbeschriebenes Blatt her und können komplett freigestalten. Das ist tatsächlich nicht die Vorannahme, von der ich ausgehe. Also wenn du das damit meinst, dann nein, dann gibt es in dem Fall für mich keinen rein freien Willen. Ich bin damit sehr versöhnt. Ich glaube, es liegt nur am Wort. Eigentlich wäre es dann in deiner Welt weniger ein vorherbestimmt als ein vorhergewählt. Genau. Also nicht ein anderer bestimmt über dich. Ja. Und du hast dir halt ausgesucht, ich würde kein Mal das Abenteuer erleben. Ich bestimme über mich, genau. Also meine Seele letztendlich, die ja mit mir in allem verbunden ist, auch mit diesem Körper hier. Wir gemeinsam haben uns das ausgewählt. Also ich bin eigentlich nur, und da liebe ich die logischen Ebenen, ich bin auch nur ein Abbild von einem Teil meiner Seele hier. Dieser Körper ist nichts anderes als runtergebrochen auf niedrige logische Vakuum-Ebenen. Mir geht es ja so, als jemand, der sich ja leidenschaftlich mit Geschichte befasst, dass ich sage, nachdem seit Tausenden und Zehntausenden von Jahren im Grunde alle Menschen, alle Kulturen auf der Welt sich mit sowas beschäftigen, wäre es sehr dumm zu behaupten, das gibt es nicht. Weil diese Sachen mit Seele, mit Übersinnlichen, mit Energetisch, ich glaube, es gibt keine einzige Kultur, die das nicht hat. Wir hatten jetzt im Westen eine wahrscheinlich mini-kurze Zeit, wo wir die Ratio so ein bisschen sehr betont haben. Ich glaube auch, dass die Zeit viel, viel kürzer ist, als viele behaupten. Also es wird ganz oft wird erzählt, dass wir hier im Westen seit Jahrhunderten und seit Jahrtausenden das Ganze verleugnen. Das halte ich für völligen Quatsch. Ich schätze mal, also dir wird es ähnlich gehen, wenn ich nur an meine Kindheit denke, am Dorf und in der Kleinstadt. Was da zum Teil unter dem Dach der katholischen Kirche an Sachen noch gemacht wurde von irgendwelchen Kräuterfrauen, Aberglauben und Ähnlichem. Ich glaube, die Tradition war in Wirklichkeit nie weg. Ja, ich glaube das auch. Also ich glaube, bis zu den Hexenverbrennungen auf jeden Fall. Also man muss sich auch mal überlegen, damals gab es ja auch keine Mediziner, keine Ärzte. Also es gab einfach in jedem Dorf irgendwie ein paar Hexen, die halt mit Kräutern umgehen konnten, die vielleicht auch ein bisschen, wie du immer so schön sagst, Energien schubsen konnten. Und denen wurde letztendlich die Lebensgrundlage entzogen, weil sie halt alle verbrannt wurden. Und dann war halt erst mal für ein paar Jahrhunderte Ruhe. Und ich glaube, das sind so die Jahrhunderte, so seit dem Mittelalter, wo wir sagen können, da hat die Ratio einfach jetzt schon mal ein paar Jahrhunderte so ein bisschen Oberhand gehabt, zumindest so unter dem Deckmäntelchen. Und ja, auch das, was letztendlich in der Kirche, so die Grundlage von dem, ist nichts, nicht viel anderes, als ich in der energetischen Arbeit auch mache. Also ich erkenne da ganz viele Parallelen und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin so dankbar für meine energetische Arbeit, weil ich bin ja auch streng katholisch erzogen, also komme aus einem christlichen Haushalt und auch aus einem christlichen Dorf und ich war viele Jahre wirklich so ein bisschen im Zwist mit der Kirche und auch mit dem Christentum und ich erkannte plötzlich so viele Dinge wieder und mir wurde klar, es ist alles das Gleiche, es ist alles das Gleiche, es ist einfach nochmal eine andere Ausprägung und jetzt ohne die Kirche irgendwie wunderbar darstellen zu wollen, das möchte ich gar nicht, aber da sind ganz viele Elemente drin, die wir auch in der Heilung verwenden können. Es hat halt irgendwann mal so eine Abzweigung genommen, die nicht so cool war, aber so grundsätzlich ist auch das alles das Gleiche, also wir gehen immer wieder auch von diesen drei, die Dreieinigkeit, also die Zeichen, die verwendet werden, das sind uralte Heilzeichen, die schon vor tausenden von Jahren angewendet wurden und das finde ich schon spannend, da auch immer wieder mitzukriegen, auch wie du sagst, auch in verschiedenen Kulturen, die arbeiten alle mit demselben und es gab halt immer wieder Phasen, wo diese Kulturen unterdrückt wurden, wo diese Art der Arbeit irgendwie unterdrückt wurde. Man könnte jetzt sagen, ja, das sind halt die dunklen Energien gewesen, die da überhand genommen haben. Keine Ahnung, was da genau passiert ist, aber wenn man sich das so manchmal anguckt, auch vor vielen tausend Jahren, was die Leute da gemacht haben, seien das jetzt die alten Ägypter oder seien das die Mayas, die haben nichts anderes gemacht, als in Kontakt mit den Göttern zu gehen und für mich ist das letztendlich etwas, all das existiert genau jetzt in diesem Moment parallel und es existiert alles in mir. Ich bin Teil des Ganzen und das Ganze ist Teil von mir und dann sind wir halt wieder auch bei uns. Also ich mache das alles mit mir, in mir drin. Und wenn ich mich recht entsinne, ich glaube esoterisch heißt auch, nach innen gehen, also wirklich in mir arbeiten und in mir und aus mir heraus kann ich dann auch mit Geistwesen reden, kann mit den Göttern in Verbindung gehen, die ja auch nur eine Abbildung von mir sind. Und da finde ich, ergibt dann schon auch wieder Sinn, dass man sagt, du kannst alles manifestieren, weil du schaffst das alles aus dir selbst heraus. Deine Welt, die du da draußen erlebst, das bist letztendlich nur du. Du holst es aus deinem Inneren und spiegelst es ins Außen. Und da finde ich es schon interessant, dass es eigentlich nur eine Perspektive ist, wie wir das Außen erleben, je nachdem, was wir im Inneren machen. Da unterscheidet sich die Arbeit dann schon wieder nicht mehr so viel vom NLP, also wenn es nicht sogar dasselbe ist. Wir haben ja endlich einen Punkt, wo ich dir mal richtig aus ganzem Herzen widersprechen kann. Ach, schön. Aber du wirst dich wundern, wir haben jetzt die Position getauscht, weil ich bin da wirklich exakt anderer Meinung. Wenn du sagst, das war für ein paar hundert Jahre weg und es gab ein paar hundert Jahre Ratio, ich sehe das echt genau andersrum. Also meine Geschichte geht so, ich glaube so bis ungefähr Mittelalter können wir uns darauf einigen, da war das alles da. Da waren die Leute sehr körperlich. Es gab diese energetische Welt, die war offen. Die Leute haben mit Geistern, Dämonen und Kobolden gesprochen. Es gab Hexen, alles Mögliche. Dann wird ja von vielen die Renaissance so genommen als Zeit, wo das gekippt ist. Nach allem, was ich weiß, ist so, da wurde einfach eine zweite Schiene aufgemacht. Das heißt, das Feld war dann so reich mit Kunst, mit energetisch, mit Medizin, mit Glauben, dass halt vor allem Descartes auf die Idee kam, wir sollten der Ratio einen extra Bereich zuweisen und den hat er abgegrenzt, was ich auch eine gute Idee finde. Zu sagen, ist einfach eine andere Welt. Und dann kam ja Descartes, soweit ich informiert bin, mit, er hatte das Problem, dass die Kirche das nicht gut fand, dass die an Leichen rumschnippeln, was er aber als Mediziner gut fand, weil so kann man Analyse studieren. Und dann hat er halt diesen genialen Frame gefunden zu sagen, können wir nicht so machen, ihr Kirche kümmert euch um die Seele, wir Mediziner kümmern uns um den Leib. Das heißt, er hat die Idee der Trennung von Leib und Seele eingeführt, damit sie in Ruhe arbeiten konnten. Und ich glaube ja, dass die Kirche damit einverstanden war, weil die wollten auch gute Medizin. Und ab dann lief das zweigleisig. Aber wenn du aus dieser Zeit Texte liest, die waren alle religiös, die waren alle spirituell. Also da gibt es kaum jemanden, der bekennend atheistisch ist. Die waren fest da drin. Und dann, die können wir weitererzählen, dann kommst du im Barock auf eine so körperliche, sinnesfrohe Zeit, wo definitiv das nicht alles nur vergeistigt war. Dann kommt die Romantik, wo du mit den Gedichten, mit den Bildern, mit der Musik, absolut feinfühlig. Da geht es um Energien, um Stimmung, um Emotionen. Und in der Zeit fängt natürlich die industrielle Revolution an. Jetzt kommt die wissenschaftliche Revolution. Jetzt wird diese zweite Schiene sehr groß. Und da fängt auch an, dass eine bestimmte Art von Medizin, die wir heute Schulmedizin nennen, Apparate-Medizin, sich über eine kurze Zeit, ich würde fast sagen, wahnhaft aufschwingt, indem sie behauptet, wir können alles erklären und wir können alles heilen. Was sich hinterher, glaube ich, nicht bewahrheitet hat. Aber schon in der Zeit hast du mit Freud, 1800 spät, 1900, jemanden, der da schon die Grenzen findet und sagt, nein, es klappt nicht alles, wir müssen wieder in die Psyche gehen. Dann sehe ich noch mal einen kleinen Absacker um den Zweiten Weltkrieg rum vor allem, wo die Leute halt hinterher gar keine Lust mehr hatten, sich mit irgendwelchen feindschriftlichen Sachen zu beschäftigen. Aber dann gehen noch zehn Jahre weiter, 20 Jahre weiter, kommen die 68er. Was ist mein Zeitalter? Die Hippies? Also in meiner Welt ist das so. Wir haben eine ungebrochene, jahrtausendealte Tradition von Körper, von Energie, von Spiritualität. In den Kirchen, außerhalb der Kirchen, die waren nie weg. Das ist eine ganz alte, auch westliche Tradition, die ungebrochen ist. Also ich bin nicht der Meinung, dass es jemals die Zeit gab, wo die Ratio überhand genommen hat und alles andere weggefegt hat. Das war mein Widerspruch. Ja, ich kann dir da jetzt schlecht widersprechen, beziehungsweise ich möchte es eigentlich gar nicht. Ich glaube, für mich bezieht sich das so ein bisschen auch auf die Heilarbeit. Und ich glaube schon, dass es eine Zeit gab, also gerade nach den Hexenverbrennungen, wo die Heilarbeit halt, ich glaube schon, dass es das trotzdem gab. Also auch als ich Kind war, hatten wir einen in der Straße, der halt gesund gebetet hat. Also ich glaube schon, dass es das immer gab. Ich glaube, es hatte halt eine Zeit lang dann nicht so diesen, nicht so einen guten Namen. Und so diese Identifikation mit dem Denken war halt plötzlich im Vordergrund. Ich denke, also bin ich. Also diese Identifikation, also der Verstand ist letztendlich das, was ich bin. Ich glaube, das hat diesen Unterschied gemacht und diese Trennung, wie du es ja auch gesagt hast. Einerseits so das Irrische vom Geistlichen. Genau das ist auch so ein bisschen das Abbild dessen, was ich meine. Es gab plötzlich die Trennung. Davor war es vereint. Dieses, es gehört alles zusammen. Und wir können halt nicht irgendwie im Wald die Bäume abholzen, sondern wir geben einfach auch was zurück. Also es gab, glaube ich, genügend Menschen, die mit der Natur stärker gelebt haben. Und ich glaube schon, dass das dann irgendwann weniger wurde. Also dass auch so dieser Konsum einfach eingesetzt hat mit zunehmender Entwicklung und so auch die Verbindung zur Natur einfach weniger wurde. Und ich meine, wo wir jetzt sind, das sehen wir ja. Also da sehe ich schon, dass sich das verändert hat. Und ich glaube, jetzt sind wir eher halt auf diesem Weg wieder zurück in diese Verbindung, wo einfach auch diese Trennung zwischen dem Spirituellen und dem Ödischen wieder eher verbunden werden soll. Ich bleibe dabei, ich widerspreche dir und zwar von der unerwarteten anderen Seite. Also gerade was Naturschutz, ich meine, die Umweltbewegung, ich war ja als Jugendlicher bei den Grünen und alles in den Bunden. Also die Umweltbewegung ist mindestens 100 Jahre alt in unserer Kultur. Das fängt an Anfang des 20. Jahrhunderts. Das ist ja mit dieser Zurück zur Natur, ich meine, so ist ja noch früher. Aber dann kommen halt die Wandervögel, dann kommt die FKK-Bewegung, diese Körperkulturgeschichten. Dann kommen Naturschutzsachen, dann kommt die Idee von auch Naturschutzgebieten. Alles das ist bei uns seit mindestens 100 Jahren. Und nach allem, was ich weiß, hast du in vielen anderen Ländern, die wir halt so gerne Entwicklungsländer nennen, einen wesentlich verbrauchenderen Umgang mit der Natur. Weil wenn die Leute halt einfach in Armut sind, dann holzen sie halt die Wälder ab und essen halt die Tiere auf und verschmutzen halt die Flüsse, weil ihnen erstmals eigenes Überleben wichtig ist. Also ich bezweifle, dass andere Kulturen so viel besser mit der Natur umgehen als wir. Ich glaube, wir haben nur ein etwas übersteigertes Bewusstsein inzwischen. Und wenn ich dann sowas lese, wie von manchen Ideologien, dass der Mensch irgendwie eine Krankheit oder ein krebsgeschwürdes Planeten ist, da ist dann ein Punkt erreicht, wo ich sage, das ist für mich dann echt ein Schritt zu viel, weil die sehen sich auch nicht mehr als Teil der Natur. Nö, da kann ich dir auch leider jetzt gar nicht widersprechen, weil ich wollte damit nicht sagen, dass nur wir hier getrennt sind von der Natur, sondern ich glaube, das ist wirklich die Menschheit an sich. Und ja, es gibt mit Sicherheit noch einige Völker, die schon noch mit der Natur als eins leben, aber das sind sehr wenige. Also da möchte ich dich ja gern supporten, weil das sehe ich tatsächlich auch so. Wir wollten uns streiten. Ja, ich weiß, es ist tatsächlich gar nicht so einfach wie erwartet. Aber ich kann noch mal vielleicht eine Lanze brechen für René Descartes, den du ja auch gebracht hast, weil mir ist es wichtig, darauf hinzuweisen, er hat geschrieben, ich denke, also bin ich. Aber ich finde es wichtig zu sagen, was er davor geschrieben hat. Einen Satz davor hat er geschrieben, ich zweifle, also bin ich. Und dann hat er sich gedacht, naja, Zweifeln ist Denken, also kann ich auch schreiben, ich denke, also bin ich. Und da bin ich komplett auf seiner Seite. Eine Sache, die mich in dieser Esoszene zum Teil auch triggert, ist diese unglaubliche Selbstsicherheit und Selbstgefälligkeit. Wir wissen, wie es ist. Eine Diagnose nach der anderen, das ist so und so. Und drum mochte ich das vor, wie du gesagt hast, ich kann dir das nicht garantieren, ich weiß nicht, ob das so ist, wir müssen gucken, was passiert, wir werden es sehen. Also diese staunend, neugierig, zweifelnde Offenheit, die vermisse ich bei ganz vielen Leuten in dieser Szene. Ich glaube, das hat schon damit zu tun, dass es einfach auch Marketing ist, also dass da eine Sicherheit vorgegeben wird und wahrscheinlich ist das auch so ein bisschen das, was du eben sagst, was dich triggert, dass da letztendlich was als Vorannahme reingegeben wird, die aber nicht bewiesen wird, die auch einfach nicht bewiesen werden kann. Genauso wie ich sage, ich gehe davon aus, jeder hat einen Seelenweg und deswegen sind wir eigentlich hier. Nein, ich kann es nicht beweisen. Und trotzdem würde ich auch sagen, das ist die Voraussetzung, wenn du mit mir arbeitest, das ist eben die Voraussetzung in meiner Arbeit. Und es ist völlig legitim, zu sagen, voller Kraft, was du mir das... Was ist die Voraussetzung? Wofür? Naja, zum Beispiel, dass es einen Seelenweg gibt. Ja, und so, weil du ja gerade gesagt hast, also viele gehen mit so einer Selbstsicherheit raus, wo ist es? Und wir wissen eben mehr. Und ich weiß es nicht, ob nicht andere vielleicht mehr wissen, weil ich glaube schon, dass es sehr viele Menschen gibt, die sehr spürig sind, die sehr viel mehr wahrnehmen als der Durchschnitt. Nur wir können es halt nicht überprüfen. Und ich glaube, das macht einen an manchen Stellen so ein bisschen nervös, dass wir sagen, ja, ich weiß jetzt eigentlich nicht, ob ich es glauben soll. Ich kann es nicht richtig widerlegen. Ich kann es aber auch... Es gibt auch keinen Beweis für mich. Also, und da letztendlich kommt für mich wieder so dieses Vertrauen rein, was ganz wichtig ist. Also auch selber zu spüren, wo gehe ich denn mit in Resonanz? Gehe ich mit dieser Art der Arbeit denn überhaupt in Resonanz? Und da habe ich halt von meiner Lehrerin gelernt, und das musste ich sehr hart lernen, es ist nicht für jeden der richtige Weg. Es gibt einfach Menschen, die werden diesen Weg nie gehen. Da kannst du dir einen Mund fußlich reden. Und die können zehn Beweise bekommen, die werden immer sagen, das ist Quatsch. Und das ist wunderbar, weil die gehen zu den Ärzten, die lassen sich schulmedizinisch behandeln. Super, weil die haben halt einen anderen Weg. Und ich glaube, da ist... Also, was ich mir mehr wünschen würde, wäre schon auch, dass es freier gestellt wird, womit gehst du denn in Resonanz? Also mehr so als ein Angebot. Also auch diese ganzen energetischen Sachen einfach als Angebot, aber ohne ein... Ich weiß es besser, sondern es ist eine Möglichkeit, mit der du hier arbeiten kannst, um dich zu heilen. Und wie gesagt, es geht immer um die Heilung von sich selbst. Und ich kann mich nur selbst heilen, das kann niemand anderer. Und wie im Coaching auch, ich kann die Leute dabei unterstützen, aber letztendlich heilt sich jeder selbst. Und das wird vielleicht manchmal auch so ein bisschen verzerrt. Also ich kann dir sagen, wie es geht und ich mache es für dich. Oder mit meinem Programm schaffst du es auch wirklich. Und da sind wir halt jetzt so in der Hexenkultur, würde man sagen, das ist schwarzmagisch, weil ich arbeite hier mit Energien, die in die Zukunft gehen, die Versprechen geben, die in einen Bereich geben, der energetisch überhaupt nicht okay ist. Und also letztendlich müsste ich sagen, diese Angebote, von denen du sprichst, sind schwarzmagisch. Und vielleicht sind die das auch. Da können wir gleich gerne drauf gehen. Das finde ich wirklich ein spannendes Thema. Ich will vorher zur Illustration noch eine Geschichte, die das vielleicht noch mal besser erklärt, was ich da sagen will. Du weißt ja, ich war vor ein paar Jahren im Krankenhaus, ungefähr zehn Jahre ist das her, mit einer Geschichte, die schulmedizinisch nie rausgefunden wurde, was da ist. Und hinterher war ich dann bei, glaube ich, drei, vier Ärzten und ungefähr sechs, sieben energetisch heilenden Menschen. Und was mir irgendwann extrem unangenehm auffiel ist, ist, dass all diese Leute waren sich nach größter Zeit absolut sicher, dass sie genau wüssten, was ich habe, woran es liegt und was sie dagegen machen könnten. Also ohne jede Spur eines Zweifels. Und jeder hatte eine völlig andere Theorie. Also bis hin zu dem Absurden, einen praktischen Arzt, der meinte, es liegt daran, dass ich schwarze T-Shirts trage. Das war für mich sozusagen der, aber diese ganzen Theorien, die konnten nicht gleichzeitig, die passten nicht zusammen. Und was ich mich gewundert habe, ist, warum keiner von denen das nicht mal als Vermutung, als Verdacht äußert. Warum das immer mit diesem Es ist so. Das ist wirklich so. Und das halte ich für leider typisch, für einen großen Teil dieser Szene. Ich finde toll, dass du die positive Absicht siehst, dass es nur ein Marketing-Gag ist. Ich sehe da manchmal Machtthematiken und ich glaube, da sind wir dann mit dem Thema schwarzmagisch, was du so gerade benannt hast. Ja, auch. Und trotzdem sehe ich sehr große Parallelen auch im Coaching-Bereich. Also was mir jetzt gerade so als erstes einfiel war, die Methode, die ich gelernt habe, von da gehe ich davon aus, das ist die Beste. Ja, also deswegen, ich erlebe das ja auch in der Szene recht häufig. Also egal, ob jetzt im Coaching, also die, die systemisch gelernt haben, finden systemisch super. Die, die NLP gelernt haben, sagen, ja, NLP ist das einzig Wahre. Also systemisch ist nett, machen wir auch so ein bisschen, aber eigentlich NLP ist das einzig Wahre. Und auch da gibt es irgendwie Kriege. So jeder ist in der Methode zu Hause und ich weiß ja jetzt nicht genau, was du da alles ausprobiert hast. Und klar, es gibt Methoden, da sage ich auch, interessiert mich gar nicht, kann ich mir auch nicht vorstellen, funktioniert nicht mit dem zusammen, was ich mache, ist für mich halt überhaupt nicht relevant. Und wahrscheinlich könnte man mich damit auch überhaupt nicht beeindrucken, heilen, was auch immer. Die funktionieren halt nicht für mich. Also so ein weiterer Punkt war, warum gehst du zu sieben Heilern? Also spätestens nach dreien hätte ich wahrscheinlich gesagt, ihr könnt mich alle gern haben, also dann mache ich es halt selber. Mir macht sowas durchaus auch Spaß. Aber weißt du, da hätte ich mich echt gewundert, wenn die Leute ihren Descartes gelesen hätten, ich zweifle, also bin ich an sich. Und keine Angst hätten auch vorm Zweifel. Aber das ist, glaube ich, auch eine Erkenntnis-Typ-Marke, dass Erkenntnis-Typen halt am wenigsten Angst vorm Zweifel haben. Also ich finde es schon auch wichtig zu zweifeln. Und das ist ja auch ein Grund, warum ich nicht nur energetisch arbeite, sondern warum ich eben auch zum Beispiel mit NLP weiterhin arbeite und systemisch arbeite. Also warum ich verschiedene Ebenen einfach auch verknüpfe, weil ich nach wie vor auch der Meinung bin, wir können halt mit einem nicht alles machen. Und das gilt für das NLP, das gilt für das Systemische, das gilt für das Energetische. Ich finde, das ergänzt sich wunderbar. Ich möchte ganz tief die Schäse noch mit reingehen, dass wir den Anschlussbereich noch so ein bisschen abdecken können. Aber ich finde diese Kombination aus allem perfekt. Und so kann natürlich auch jeder seins finden. Und wenn, aber ich halt, vielleicht hast du auch wirklich Pech. Also vielleicht hättest du gesagt, hätte ich damals schon Dagmar gekannt, die hätte mir helfen können. Oder irgendjemand anderer jetzt, nur mal als Beispiel. Ich glaube schon, das ist wahrscheinlich einer auch deiner Hauptkritikpunkte. Also die, es wird viel Geld gemacht mit Menschen, die einfach hoffnungslos sind. Und dann zu sagen, ich weiß, was los ist, ich kann dir helfen, das schürt wieder eine neue Hoffnung. Ich glaube aber, dass, also wenn wir es jetzt mal in NLP sprechen, also da ist jemand krank, der war im Krankenhaus, der hat irgendwie schon fünf Heilversuche gemacht, die haben nicht funktioniert. Also der State ist irgendwo wahnsinnig tief unten. Also den Menschen geht es unglaublich schlecht. Ja, jetzt in dem Fall nehmen wir mal dich. Du hast alles möglich ausprobiert. Wahrscheinlich ging es dir hinterher nicht so prickelnd. Das heißt, was muss denn da kommen, damit du wirklich in kurzer Zeit mit zweimal Hex-Hex wieder gesund wirst? Geht ja gar nicht. Das müsste so eine Knallressource sein. Und die kannst du ja nur aus dir selbst generieren. Das heißt, über deine eigene Kraft, über deine eigene Verbindung, ich sage jetzt mal zum Universum, hättest du dich vermutlich schon selbst auch relativ schnell heilen können. Nur wenn ich halt schon in so einem schlechten State bin, dann fällt es mir halt vielleicht auch nicht so leicht, diese Verbindung herzustellen. Sonst hättest du das wahrscheinlich auch gemacht. Und da fände ich halt wichtig, dass jemand eben auch erkennen kann, wie geht es der Person denn gerade wirklich? Also wo ist die denn mit Körper, Geist und Seele? Und da sind wir halt wieder in dieser Trinität, dass wir einfach immer verschiedene Ebenen betrachten müssen. Und also egal, was ich mache, egal, ob ich NLP mache oder ob ich energetisch arbeite, es sind immer verschiedene Ebenen, die ich miteinander verbinde und ich prüfe alle Ebenen separat ab und je nachdem wird halt dann gearbeitet und es kann dann halt ein Coaching sein, es kann eine energetische Behandlung sein, es kann eine Meditation sein, es kann auch Körperarbeit sein. Und das finde ich eben ganz wichtig, dass nicht dieses Gefühl gegeben wird von ich weiß jetzt, ich weiß genau, was es ist und wenn du das machst, also wenn du meine Methode machst, wirst du gesund. Weil vielleicht ist es manchmal halt einfach gar nicht möglich, weil diese eine Methode, die ich habe, halt vielleicht in diese Vielzahl von Schichten gar nicht reinpasst. Und dann müsste man halt sagen, ich ziehe noch jemanden zu und das machen vielleicht viele einfach nicht. Jetzt machst du eine böse Paradoxie oft, Dagmar, weil wenn du so eine Person beschreibst, die ressourcearm ist, die nicht Hoffnung hat und die gerne Hilfe hätte und die geht dann auf diesen Markt und guckt sich um und auf den Markt sind eine Reihe von Leuten, die Scharlatanerie betreiben, auch wenn wir es auf keine Prozentzahl einigen können. Wie soll dann diese Person, die was sucht, da auswählen? Weil sie kann sich in dem Augenblick nicht mehr wirklich auf ihr Gefühl verlassen. Wenn sie sich auf ihr Gefühl verlassen könnte, hätte sie eine höhere Energie. Nee, definitiv nicht. Du sprichst gerade davon, dass die Anbieter sauber arbeiten und sich ihrer Grenzen bewusst sind. Aber wenn wir mal sagen, es gibt genügend Leute auf dem Markt, die arbeiten damit, obwohl sie es besser nicht täten, welchen Tipp kann man den Kunden geben, außer geht es zu Dagmar? Was ein guter Tipp ist. Ich glaube, das Allerwichtigste wäre schon, wirklich für mich zu prüfen, geht mein Gefühl damit in Resonanz oder ist es eher mein Kopf, der sagt, der kann mich retten oder die kann mich retten. Ich glaube, dieses wirklich Bewusstsein dafür, dass ich spüren muss, dass ich viel mehr spüren muss, ob ich auch mit der Person matche. Das ist sehr spannend, was du sagst, weil letztendlich, wenn ich in einem schlechten Zustand bin, ziehe ich erst mal alles an, was super negativ ist, weil ich gehe genau in Resonanz damit. und trotzdem bin ich auch in einem schlechten Zustand in der Lage zu spüren, was ist das für eine Person. Aber letztendlich ist es wirklich schwierig. Es ist wirklich schwierig. Also, wenn ich es mir so überlege, wenn es jetzt da so eine Menge Anbieter gibt, die richtig schlecht sind, kann ich eigentlich fast nur jemanden finden, der nicht gut für mich ist. Also, ich setze mich dafür ein, dass sämtliche Heiler, alle, die energetisch arbeiten, bitte ordentliche Arbeit machen, sodass die Menschen, denen es schlecht geht, auch jemand Gutes sind. Sag mal, jetzt hast du was ganz Heikles gesagt. Du hast gesagt, achte drauf, ob du auf dein Gefühl hörst oder ob du dir das quasi nur vom Kopf her einredest. Da fällt mir eine Stelle ein von Yusuf Harari, der sagt, gerade die großen Konzerne wie Coca-Cola, das bringt dir als Beispiel, sagen sehr gerne Hör auf dein Gefühl und nicht so sehr auf deinen Verstand, weil sie können dein Gefühl viel einfacher manipulieren als deinen Verstand. Also, da höre ich jetzt bei dir eine Wertung, wo ich wirklich nie mitgehe. Warum soll es im Zweifel besser sein, auf das Gefühl zu hören als auf den Verstand? Ich weiß gar nicht, ob ich wirklich finde, dass es mehr das Gefühl ist als der Verstand, weil ich glaube eher, es geht mir mehr um die Resonanz. Ich glaube, für mich ist das, Hoffnung, die Hoffnung ist für mich mehr im Verstand und aber das Spüren, was ist gut für mich, ist mehr im Gefühl. Und ich glaube, ich hätte gerne noch was anderes statt der Hoffnung, also vielleicht schon eher auch noch ein Kriterium, das mich auswählen lässt und da würde ich mir schon eher wünschen, dass jemand vielleicht sagt, okay, der verlangt jetzt, was weiß ich, 5000 Euro für diese drei Sitzungen. Irgendwie ist das komisch. Irgendwas fühlt sich da auch nicht richtig an und ich glaube, dass das eine Mischung ist aus dem, was ich spüre und dem Verstand. Also ich sage nicht, stell dein ganzes Denken ab und spüre einfach nur ein. Das ist nicht das, was ich meine. Also dann habe ich mich wirklich schlecht ausgedrückt. Ich glaube, es ist für mich schon eine Mischung aus beiden, aber mir geht es mehr um die Resonanz und ich frage mich jetzt aber gerade, wie ich das anders erklären kann als mit Gefühl. Ich glaube, alle Leute kennen, dass es manchmal Momente gibt, wo man mehrere Instanzen in sich hat, nennen wir sie mal Verstand und Gefühl, die zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Ja. Also nach dem Motto, Gefühl sagt das eine, Verstand sagt das andere. Das ist Alltag, das ist NLP, Practitioner, Werte, Arbeit, internale Verhandlung. Und da bin ich wirklich extrem dagegen, zu sagen, im Zweifel folge deinem Herzen. Ich glaube, dass ganz viele Leute ganz viel missgebaut haben, weil sie ihrem Herzen gefolgt sind, während der Verstand mit Recht Nein gesagt hat. Also ich würde da immer dafür plädieren, guck, dass du die beiden zu einer Meinung kriegst. Ja, absolut. Nimm dir die Zeit für eine vernünftige Verhandlung und die Entscheidung zwischen Kopf und Herz ist ungefähr so sinnvoll wie die Entscheidung zwischen Einatmen und Ausatmen. Das geht. Vielleicht, vielleicht ist, also ich habe, ich mache viel Herz-Hirn-Kohärenz, also wirklich beides miteinander zu verbinden über eine Übung, genau weil mir das wichtig ist. Aber ich mache eher die Erfahrung, dass die Leute häufig mit dem Kopf etwas entscheiden und eher das Gefühl, also das Herz vernachlässigen. Und beides zusammenzubringen, beides kohärent zu bekommen, das ist in dieser Trennung, in der wir leben, meistens nicht möglich. Und dann passiert genau das, was du sagst. Die entscheiden dann nur noch aus dem Gefühl. Und das ist aber das, was ich sage. Das ist genauso verkehrt, als nur mit dem Verstand zu entscheiden und zu sagen, ja gut, auf mein Gefühl kann ich mich halt nicht verlassen. Ich kann mich aber darauf verlassen, wenn ich beides in Verbindung habe. Weil dann spielen die zwei auch zusammen. Und es gibt Untersuchungen, die festgestellt haben, das Herz hat mehr Nervenzellen als unser Gehirn. Und dann, wenn man eben sagt, aber es ist besser, mit dem Gehirn zu entscheiden, da gehe ich dann halt nicht mehr mit. Aber ich gehe mit, wenn man sagt, beides gleichermaßen und kriege die zu einem, kriege die auf eine Seite letztendlich. Du sagst jetzt mit einer Verhandlung, das wäre jetzt aus dem NLP, man kann es über Atmung machen. Also ich mache es über eine Atemübung, die mit Dankbarkeit und mit einem Fokus letztendlich arbeitet. Passiert auch in ein paar Minuten. Und plötzlich kriege ich da ein anderes Gefühl, weil es ein Gefühl ist, das wirklich ganzheitlich ist und nicht nur das, was sich gerade so ein bisschen im Bauch abspielt. Aber du weißt ja, ich bin auch großer Fan von Human Design und da gibt es halt auch noch mal so ein paar Kriterien mehr, die da für mich mitspielen, wo schon auch das tiefe Bauchgefühl noch mal mit einbezogen wird zum Beispiel. Aber das führt jetzt so weiter, da sind wir halt dann wieder in einem Bereich, das auch nicht alle betrifft, sondern nur ungefähr 70 Prozent der Menschheit. Und du kennst ja auch meine Meinung, ich halte jede Bevorzugung eines dieser Bereiche vor den anderen für eine grundsätzlich verkehrte Idee. Also ob das jetzt Körper ist oder Geist oder Seele oder Herz, das gehört alles zu uns. Das ist alles Teil des Ganzen. Und jede Bevorzugung eines Systems, glaube ich, führt einen auf Dauer in ein Ungleichgewicht, für das man zahlt. Wir haben jetzt halt immer noch nicht diese Frage geklärt. Und ich habe da leider auch wirklich keine Antwort drauf. Also wie finde ich die richtige Heilerin, den richtigen Coach, wie finde ich die richtige Person, die mich unterstützen kann? Weil wenn wir jetzt halt sagen, okay, auf dein Gefühl solltest du den nicht verlassen, weil da ist das Hirn irgendwie dann ausgeschaltet, solltest du es aber auch nicht mit dem Kopf entscheiden, dann gehen mir ehrlich gesagt die Antworten aus. Also ja, die Verbindung. Also wenn wir in Verbindung gehen und dann wirklich unser Herz befragen, das mit dem Gehirn gekoppelt ist, dann kriege ich da einfach auch die richtigen Impulse. Und trotzdem, wenn wir uns jetzt wieder vorstellen und du sagst, sagen wir mal 80 Prozent auf dem Markt zum Scharlatane, ich sage, ja, ich gehe mit, dass ein Großteil einfach die eigene Arbeit nicht gemacht hat, sondern die haben zwei Kurse belegt, machen sich selbstständig, haben gutes Marketing, machen tolle Fotos, verlangen hohe Preise und dann ist automatisch so, da muss ja was passieren. Dann sind da noch ein paar gute Referenzen, die meistens gekauft sind und schon verlieren viele Leute viel Geld. Es ist nicht einfach und trotzdem... Mag deine Nebensätze. Und trotzdem, letztendlich geht es wieder immer nur darauf zurück, du kannst es nur in dir lösen. Du kannst nur schauen, dass du so viel Arbeit an dir wie möglich machst, dass du selber eben die Kriterien auch erkennen kannst, festlegen kannst. Ich hätte drei Ideen, wie man die Entscheidung trifft, wobei alle drei gebe ich zu, nicht geeignet sind, wenn es einem richtig, richtig schlecht geht. Also ganz unten ist, klappen die alle drei nicht. Welche drei Kriterien, wo ich sage, die haben mir in meinem Leben immer sehr geholfen und ich glaube, die helfen auch weiter. Das erste wäre, dieser alte NLP-Spruch, wenn du was machst, was nicht klappt, dann mach was anderes. Das heißt, ich finde es völlig okay, alles Mögliche zu probieren und du hast von mir vorhin gehört, ich habe echt viel in meinem Leben probiert, aber ich war auch relativ schnell bereit, es dann wieder sein zu lassen, wenn ich das Gefühl hatte, nee, das tut nicht. Das ist die falsche Richtung und ich hatte nie das Gefühl, dass es irgendeine Art von Niederlage ist, mich für irgendeine Methode oder für einen Lehrer zu entscheiden und dann relativ schnell zu sagen, das passt jetzt nicht. Aber dieses Nein sagen können, glaube ich, braucht halt ein gewisses Ressourcenmaß. Das glaube ich auch. Das Zweite, das finde ich auch sehr hilfreich, ist, sich die Person anzugucken und sich die Frage zu stellen, will ich der Person ähnlich werden? Weil wenn ich irgendeinem Lehrer oder irgendeinem Heiler, irgendeine Meister folge, ist unabhängig von der Methode die Person auch wichtig. Und es gibt, ehrlich gesagt, viele Leute in der Szene, die haben eine Ausstrahlung, die ist spooky, die ist ganz komisch. Und wenn ich das Gefühl habe, auch wenn das alles sehr überzeugend klingt, aber die Person irritiert mich, dann würde ich da auch eher die Finger davon lassen. Und weißt du, letztendlich ist das aber schon ähnlich, wie das, was ich vorhin gesagt hatte mit der Resonanz. Also was macht das mit mir? Was macht diese Person und diese Methode? Ich würde es mal gern koppeln wollen, weil nur die Person macht es halt auch nicht. Aber was macht es mit mir? Also gibt mir das ein gutes Gefühl oder halt eben nicht? Also bin ich irgendwie vielleicht ein bisschen skeptisch? Und ich finde schon allein, wenn ich was buche und irgendwie skeptisch bin, dann übergehe ich ja schon genau dieses Gefühl von, irgendwas ist hier komisch. Und das machen aber so viele und jetzt mal aus dem Coaching-Bereich. Also wissen wir beide, es gibt so viel hochpreisiges Coaching, hochpreisiges Training, wo die Leute unglaublich Zehntausende von Euros zahlen, wo sie eigentlich oft hinterher sagen, ja, irgendwie habe ich mir schon gedacht, das ist ganz schön teuer, aber ich habe es dann halt trotzdem gemacht. Und hinterher sagen die, ich habe jetzt 30.000 Euro in den Sand gesetzt und bin genau da, wo ich vorher war. Und das ist im energetischen Bereich nichts anderes, weil ja ganz viele von diesen Trainern auch energetisch mittlerweile arbeiten. Aber dieses drauf achten können und da sind wir wieder bei Basics NLP, was sind Kriterien für meinen eigenen guten Zustand? Weil dann kriege ich relativ schnell mit, wenn ich in Resonanz mit dieser Person gehe, ist mein Zustand eher besser oder ist er eher schlechter? Wenn ich aber nicht weiß, wie ich es messen kann, kriege ich es gar nicht mit. Gut, an dieser Stelle haben wir jetzt, glaube ich, einen sehr großen und wichtigen Punkt, den ich aus meiner Seite leicht beantworten kann, weil, denken wir uns mal sozusagen das Schlimmstmögliche, eine Person, die echt krank ist und die nicht mehr viel Hoffnung hat, das sind Leute, die sind bereit, Tausende und Zehntausende von Euro auszugeben für irgendein Hoffnungsding. Dass sie das nicht machen, müssten sie sich vielleicht mal einfach irgendwann eingestehen, vielleicht ist das jetzt so und vielleicht gibt es da keine Hilfe und vielleicht ist das jetzt einfach halt mein Lebensweg. Irgendwann braucht man den, wenn man drei, vier Leute probiert hat. Um das sagen zu können, was du ja auch vorhin gesagt hast, vielleicht ist das mein Weg. Brauche ich irgendwas, was man früher vielleicht Spiritualität genannt hat, einen größeren Rahmen, in dem es okay ist, dass auch mal was nicht klappt. Und dann kommen wir halt dazu, dass wir jetzt momentan in der Welt leben, wo das, was früher eine Kultur war und eine Spiritualität, die ist nicht mehr da. Also da kommen wir zu diesem Machbarkeitswahn. Man muss was tun können, man muss doch was ändern können. und dieses Versprechen, jeder hat das Recht auf ein glückliches Leben, Wohlstand ist dein Geburtsrecht, ewige Freude sei dir zuteil. Also da auch ganz viel dieses so tun, als ob Leiden und Unglück unberechtigt wäre. Ja, und da komme ich nochmal zurück auf das, was ich am Anfang gesagt hatte, dieses Vertrauen darin, dass alles, ich nenne es mal, göttlich geführt ist. Also mein Wording ist mehr, es ist geführt von einer geistigen Welt. Das kann Gott sein, das kann das Universum sein, je nachdem, woran ich halt glaube. Es ist geführt auf eine Art, aber nicht im Sinne von, du hast keinen freien Willen, aber das, was hier passiert, also jemand guckt mit drauf, auch wenn, wenn ich sie unterbreche, im Endeffekt bin alles ich selbst, aber manchmal brauche ich diese andere Perspektive, die mir eben sagt, es ist alles okay, du hast gerade echt eine Scheißzeit, aber es wird auch einen Sinn haben, es wird einen Grund dafür geben und es wird alles auf eine Art gut werden. Selbst wenn dieses es wird gut werden, vielleicht bedeutet, in dem Leben nicht mehr, aber wenn ich halt auch, also mir hat es wahnsinnig geholfen an irgendeiner Stelle, dieses, dieses Leben hier ist beschränkt, danach kommen noch ganz viele andere und davor waren auch schon ganz viele andere. Das relativiert das Ganze, wenn ich diesen Frame einfach anders setze, weil es dann nicht mehr so eine Wichtigkeit hat, was hier passiert und damit meine ich nicht, mach was du willst, scheißegal, hast eh noch ein anderes Leben, weil da kommt ja die ganze Karma-Geschichte nochmal mit rein. Also ich kann jetzt hier nicht einfach Halligalli-Drecksau-Party machen und hinter mir die Sintflut, sondern ich habe schon eine Verantwortung, diese Aufgaben, die ich mir gegeben habe, genommen habe, wie auch immer mir aufgeschrieben habe, die Häkchen gemacht habe, in diesem Leben auch zu bearbeiten. Aber dieses Vertrauen im Sinne von, es ist alles gut so, wie es ist und du bist nicht schuld daran, dass du jetzt krank bist. Aber auch diese Möglichkeit zu haben, selbst auch was dran ändern zu können, in mir drin arbeiten zu können, mit mir, mit meinem Zustand. Und da sind wir halt immer wieder und ich merke das immer wieder, die Grundlage jeder Arbeit ist der eigene gute Zustand. Egal, ob ich NLP mache, ob ich energetisch arbeite, ob ich gesund bin, ob ich krank bin, das feststellen zu können, wie geht es mir gerade, woran mache ich es fest, sind für mich so die Basics und das würde ich gerne jedem beibringen. Jetzt sprichst du ein ganz großes, heikles Thema an, wenn ich mal das konkrete Beispiel nehme, die Corona-Jahre, Lockdowns. Die Lockdowns waren ja für mich mit meiner Firma und Präsenz, wenn ich mir dann ja losgestellt habe, war Lockdown wirklich echt doof. Ich wusste ja, es mitbekommen zum Teil nicht, ob es meine Firma in zwei, drei Monaten noch gibt. Also in dieser Zeit, wo ich wirklich oft im schlechten Zustand war, wenn ich da volle Manifestations-Power gehabt hätte, also quasi den Zauberstab, wäre mein erstes gewesen, ich will wieder alles haben, wie es vorher war. Im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass ich durchgegangen bin, war ein riesen Geschenk, mir geht es jetzt viel besser als vorher. Also heute würde ich dumm dastehen, wenn meine Firma noch so wäre, wie vor drei Jahren, weil der ganze Markt hat sich geändert. trotzdem war die Zeit schwierig und ich habe sie mir weder gewünscht, noch hätte ich gesagt, ich habe sie mir rausgesucht und ich hätte sie gerne geändert. Also du, im Grunde, was du gerade sagst, ist so viel, ich sage mal das alte Wort Gottvertrauen. Wer hat denn das heute noch? Dieses Vertrauen, auch wenn es mich gerade richtig beutelt, gehe ich davon aus, es wird irgendwie gut ausgehen. Für mich war es viel Arbeit, für mich war es wirklich viel Arbeit, aber ich glaube, ich habe mittlerweile einen Stand, wo ich sagen kann, ich habe dieses Gottvertrauen. Und letztendlich, was dadurch passiert, ist wirklich absolute Angstfreiheit. Und die kriegst du nur, wenn du Vertrauen hast. Egal, ob du krank bist, egal, ob du gesund bist, egal, ob Corona ist, egal, ob Krieg bist. Ich glaube, das ist sogar das Einzige, was uns heilen kann. Ob das Gottvertrauen ist, ob das der Gedanke ist, ich bin geschützt, ob das der Gedanke ist, die geistige Welt schaut auf mich. Und ich glaube, es ist nur die Arbeit an mir, die Arbeit an mir und wirklich wieder dieses in mir selbst, in mir selbst diese Sicherheit zu erzeugen. Und ich meine, dafür machen wir das alles doch mit NLP auch. Damit die Menschen genau dahin kommen, dass sie aus sich selbst heraus diese Sicherheit und dieses Vertrauen schöpfen können. Ich meine, da sind wir ja im Erkenntnisbereich, Selbstvertrauen. Ich sage mal, so richtig gestritten haben wir uns jetzt nicht die Stunde. Leider nicht. Ich hatte gedacht, dass wir uns viel mehr streiten. Ja, das habe ich auch eigentlich gehofft. Aber ich glaube, die einzige Stelle, wo wir uns wirklich uneins sind, ist die Prozentzahl. Also ich gehe aus dem Bauch heraus von 60 bis 80 Prozent Scharlatanen aus. Du bist so ein guter Mensch. Du denkst, es sind unter 50 Prozent. Nee, ich finde es wahnsinnig schwierig, weil also da müssen wir jetzt erstmal definieren, was ist eigentlich der Markt? Wovon gehen wir aus? Und da würde ich niemals sagen, ich habe da einen Überblick. Also klar, ich bin auf sämtlichen sozialen Medien. Ich kriege schon viel aus der Branche mit. Ich gucke mir auch viele Leute an. Ich sehe sehr viele wunderbare Sachen, wo mir wirklich das Herz aufgeht. Ich sehe auch komische Angebote, wo bei mir sofort alles zugeht und ich merke bloß Finger weg. Der Markt ist sehr unübersichtlich. Ich hoffe auch, dass sich das wieder relativiert in den nächsten Jahren. Ich bin da auch sehr optimistisch, weil es meistens so ist, es gibt nur einmal so eine große Blase und dann ruckelt sich das irgendwie wieder alles zusammen. Aber ich würde mir nicht anmaßen wollen, zu sagen, es sind 80 Prozent oder 40 Prozent. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht muss ich das spezifizieren. Also wenn ich von Scharlatanen rede, rede ich nicht von Menschen, denen ich böse Absichten unterstelle, sondern im Gegenteil. Ich sehe in dem Markt unglaublich viele Leute mit großem Herzen, mit bester Absicht, voller Inkompetenz. Also die wirklich aus Liebe heraus was tun wollen, was sie einfach nicht können, weil sie glauben, dass es da Sachen gibt, die man an einem Wochenende lernt oder die man sich mal an einem Nachmittag channeln kann und die nicht verstehen, dass sowas auch Jahre und Jahrzehnte der Ausbildung braucht. Also Leute, die halt einfach in Selbstüberschätzung und bester Absicht Dinge versprechen, die sie nicht halten können. Vielleicht können wir uns darauf einigen, dass es Leute auf dem Markt gibt, die so sind und einfach die Prozentzahl jetzt erstmal unter den Teppich kehren. Also weißt du, wenn du jetzt sagst, ich bin der Meinung, 80 Prozent, müsste ich sagen, ich habe keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass es wirklich böswillige Abzocker sind. Das glaube ich echt. Ich glaube, davon gibt es wirklich ganz, ganz wenige Menschen, die im Bewusstsein jetzt ein unredliches Angebot zu machen auf den Markt gehen. Sondern was ich an Leuten kenne, ist, dass die in ganz vielen Fällen, die haben selber was erlebt, was ihnen geholfen hat und aus diesem Glücksgefühl heraus denken sie dann, sie können es weitergeben und verstehen oft nicht, so weißt du ja, jede hoch genug entwickelte Technik wird uneingeweihten wie Magie erscheinen. Es erscheint ihnen dann wie Magie und sie glauben, sie können dann einfach das halt weitergeben, so magisch, so wie Windbestäubung. Der Segen kam auf mich, ich gebe ihn weiter und erkenne nicht, dass da wirklich viel drin ist. Also eine der besten energetisch arbeiteten Personen, die ich mal kennengelernt habe, war eine russische Heilerin und wie ich die kennengelernt habe, hatte die schon mehrere Jahrzehnte der Ausbildung hinter sich und wie ich sie dann kennengelernt habe, hat sie, würde ich behaupten, mehr Zeit darauf verwandt zu lernen, als ihr Wissen anzuwenden und weiterzugeben. Also das war eine Person, die hat so viel gelernt, so viel an sich gearbeitet und die Qualität vermisse ich ganz oft. Ich weiß, du hast sie, ich habe sie auch, aber viele haben sie halt nicht. Ich stimme dir dazu, ich stimme dir dazu, dass diese Arbeit an sich, das Lernen ganz, ganz wichtig ist und trotzdem, weißt du, wenn ich jetzt das wieder nochmal den Bogen ein bisschen größer spanne, wir davon ausgehen, dass wir vielleicht auch aus alten Inkarnationen Kompetenzen anzapfen können, dann sind wir halt wieder in einem anderen Bereich und da gibt es halt so viele abgefahrene Thesen einfach und ich würde, glaube ich, also ich fühle mich schlecht zu sagen, man muss mindestens 30 Jahre Erfahrung haben, also meine Lehrerin ist auch seit 30 Jahren, macht die energetische Arbeit, ja, die ist nur ein paar Jahre älter als ich. Viele, stelle ich fest, sind auch damit groß geworden, wo die Mutter oder Großmutter schon Heilerin war. Also wenn man sich mal vorstellt, wie viel Kompetenz die schon haben, unbewusste Kompetenz, bis die 25 sind, haben die schon 25 Jahre unbewusst irgendwas aufgenommen? Also sowas muss man alles mit reinrechnen. Dann gibt es einfach Leute, die vielleicht schon andere Verbindungen herstellen können in andere Dimensionen, in andere Welten. Ich tue mich ein bisschen schwer, das so über einen Kamm zu scheren und trotzdem bin ich schon auch der Meinung, es kann nicht schaden und wenn es auch nur fürs Renommee ist, dass ich eben sagen kann, ich habe schon so und so viele Jahre, bin ich ausgebildet, ich habe das alles gelernt, ich habe so und so viele Menschen behandelt, ich habe damit gearbeitet, jeden Tag. Und als ich arbeite jetzt seit acht Jahren energetisch offiziell, wo ich sagen würde, da habe ich meine ersten Ausbildungen begonnen, das ist auch nicht so lange Zeit und trotzdem arbeite ich seitdem jeden Tag an mir und seit vielen Jahren jetzt auch jeden Tag an anderen Leuten und trotzdem würde ich immer noch sagen, ich bin noch am Anfang, weil klar, ich kann noch 20 Jahre weiter lernen, aber wo ist halt dieses Maß, weißt du, also wo, wo darf ich dann auch starten, das weiterzugeben, das glaube ich, ist halt sehr, sehr individuell, es ist ein großes Feld. Und es ist so schön, dass wir an einem Punkt zumindest uneinig sind. Ja. Abgesehen davon, ich würde niemals sagen, ich würde niemals sagen, du brauchst erst 30 Jahre Erfahrung, bis du darin arbeiten kannst, weil du bekommst sonst nie 30 Jahre Erfahrung. Es ist klar, das wäre eine Paradoxie, sondern mir geht es um den einen Punkt, den hatte ich vorhin auch genannt, einfach ein bisschen Bescheidenheit und zum Zweifel stehen, zu sagen, ich weiß das nicht. Also der schöne Goethe-Spruch ist irrt, der Mensch so lange strebt. Einfach mal zugeben, ich weiß nicht, wir probieren was aus, vielleicht klappt es, vielleicht klappt es auch nicht. Und wie es auch ausgeht, wir haben was dabei gelernt. Das wäre so mein Vorschlag, also viel bescheidener und harmloser. Ja, vielleicht können wir uns auf das einigen. So ein kleiner Teil sagt natürlich schon, der Zweifel hat halt gleich auch den Mangel mit drin. Was? Nein. Wieso hat Zweifel Mangel mit drin? Naja, weil der Zweifel sagt ja, es könnte das eine, es könnte auch das andere sein. Das heißt, der Zweifel impliziert letztendlich 50 Prozent, es funktioniert gar nicht. Es ist nicht das Richtige, was du machst. Weißt du, das ist so weit und dann wieder bei. Es heißt nur, dass es zwei oder drei oder vier Möglichkeiten gibt, zwei Fälle, zwei Fälle. Und ich kann mir bei jedem sogar einen positiven Outcome denken. also es wird auf die eine oder andere Art weitergehen und es wird auf jeden Fall gut enden. Aber ich weiß oft halt auch nicht, welchen Weg es nehmen wird. Das meine ich mit Zweifel. Das, das gehe ich mit. Das gehe ich mit. Also ich glaube, das ist, ich glaube, das ist, wenn es um Spiritualität geht, eine von den ganz, ganz wichtigen Grundannahmen, dass das Ganze gut ist und Sinn hat. Am Seelenweg gibt es aber keinen Zweifel. Das ist sozusagen die Überschrift, dass das Ganze Sinn hat und gut ist. Ja. Das ist das, was gesetzt ist. Rüber steht, ja. Aber dann in den Details, im Weg, im konkreten nächsten Schritt. Da ist manches einfach rumprobieren, auschecken. Also bestimmte Dinge einfach halt. Und da ist Zweifel, finde ich, eine sehr gute Idee. Ja. Ich finde es gerade sehr spannend. Ich muss jetzt trotzdem nochmal aufs Human Design kommen. Wir sind ja beide im Human Design auch eine Drei und die Drei probiert einfach wahnsinnig gern aus. Ja. Also ich bin wirklich bekennender Descartes-Fan. Vor allem, seit ich weiß das eben, vor ich denke, also bin ich, ich zweifle, also bin ich. War? Das ist gut, das habe ich heute gelernt, das wusste ich tatsächlich nicht. Genau. Vor Cogito Ergosum hat er geschrieben, Dubito Ergosum. Ich bin bekennender Erkenntnisstip. Ich finde es von den drei Typen, alle drei sind gleich gut, aber der Erkenntnisstip ist der coolste. Also, um mal hier mal die objektiven Fakten zu bringen. Und ich bin auch Fan von Kant und seiner Schrift zur Aufklärung, wo er sagt, habt den Mut, dich dein eigenes Verstandes zu bedienen. Und dann ja im weiteren Verlauf des Textes schreibt 1700, noch irgendwas hat er das geschrieben, die meisten Leute lassen das mühselige Denkgeschäft gerne von anderen Leuten sich abnehmen und er zählt explizit auf Pfarrer, Lehrer, Diät, also Lebensmittel, also Ernährungsvorschreibende und so weit in der Richtung. Also, er gibt sogar an, was er meint damit, Denk selber. Also, glaub nicht jedem gleich alles. Und das ist, das ist meine Mannschaft, in der spiele ich mit. Ja. Okay. Du bist der Kenntnistyp, das lasse ich dir auch gerne. Okay, also ein paar Dinge haben wir gefunden, wo wir uns nicht einig sind. Wir sind in mehreren Dingen uns einig, als wir dachten. Das ist auch irgendwie schön. Da ist der Beziehungstyp in mir doch auch gleich ganz seelig. Sag mal, die Frage nicht beantworte, wer sollte energetisch arbeiten und wer nicht. Eigentlich sagen wir ja, jeder sollte energetisch arbeiten. Es sollte jeder energetisch arbeiten, erst mal an sich, erst mal an sich, aufräumen, bevor man einen anderen rum vorwerkt. Das ist mein großes Anliegen und da würde ich auch alle, die zuhören, bitten, die jemals energetisch arbeiten möchten oder als Coach arbeiten möchten, bitte erledigt erst eure eigenen Themen, bevor ihr glaubt, die Themen von anderen heilen zu können, heilen zu wollen, sondern erst mal die Arbeit an sich selbst. Und da finde ich, ist es egal, was man macht, wenn man mit Menschen arbeitet, ist das für mich wirklich Prio 1. Ich schließe da gerne mit dem NLP-Satz, weil ich bin Fan von dem NLP-Satz, jeder kann alles lernen, lege aber Wert darauf, dass Benlon Gründer nie gesagt haben, jeder kann alles lernen an einem Wochenende. Ja. Manche Dinge sind so wertvoll, dass es sich lohnt, dafür ein ganzes Leben einzusetzen, um sie zu lernen. Und ich glaube auch gerade die Sachen dieser energetischen Welt, das sind zum Teil sehr dicke Bretter, die man da bohrt. Und es lohnt sich. Ja, absolut. Absolut. Und wirklich so dieser Blick in Erkenntnisbereich und was ich eben auch feststelle, je intensiver man sich mit beschäftigt, dass man dann irgendwann eben erkennt, wie das alles zusammenhängt. Und das war mir immer ein großes Anliegen und damit muss man sich aber einfach intensiv beschäftigen. Und wie du sagst, das lernt man halt nicht in einem Wochenende, da gehört einfach ein bisschen. Ich hätte noch einen Pro-Tipp. Unsere Kultur ist echt cool. Wir haben eine tolle Tradition. Wir müssen nicht zwangsweise nach Südamerika und Ostasien gucken. Wir haben hier wirklich bei uns eine ganz, ganz alte und tiefe Kultur von spirituellen und heilenden Techniken. Absolut. Und wir müssen nur in den Wald gehen und ein paar Kräuter sammeln, da können wir schon einiges mitmachen. Ja. Wir können jetzt einen ganzen Podcast über die Kelten machen. Ja. Also eine erstaunlich vergesse eine Tradition bei uns. Das stimmt. Diese keltischen Wurzeln. Die meisten Leute kennen das nur noch aus Asterix und Obelix. Ja. Ja. Miracolix, dem Druiden. Oh, ich war so großer Asterix- und Obelix-Band. Ja. Ja, aber nachdem die Kelten ja einfach nichts schriftlich hinterlassen haben, haben sie es ein bisschen schwer, dass wir uns auf sie beziehen. Das ist richtig. Da waren die Römer und die Christen haben da schon viel überdeckt. Gut, aber es gibt einen anderen Podcast. Auf jeden Fall. Sag mal, ich danke dir. Wir werden das nächste Mal bemühen, uns noch mehr zu streiten. Ich danke dir. Ja, wir haben unser Bestes getan. Genau. Gerne wieder, gerne öfter. Sehr gerne, ja. Und für heute danke ich dir und tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020